Jetzt bei euch für den schönen Nachmittag und vor allem bieten wir die Söhne um den größten Applaus für die Organisation dieses herrlichen Festes, besonders unseren Freund Volker und natürlich auch die Sonne, die Sonne. Gebt mal einen schönen Applaus, hey! So Freunde, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir sagen, Mensch, was wir jetzt noch kommen, wir machen einfach Schluss. Oder die zweite wäre, wir spielen noch was. Wer ist für erstens? Einer muss heben, wo oben früh raus, da hat es gar nicht gesagt. Wer ist für zweitens? So Steuditz, da möchten wir euch allerdings noch mal hören, eure schönen Stimmen, damit wir die im Ohr klingen haben, bis in einem Jahr. Denn wir hoffen natürlich, wir sehen uns in einem Jahr hier in Steuditz im Stadtfest wieder. Wie sieht's aus? Und jetzt zu früh oder eigentlich zu spät? Wie sieht's aus? Aber ich kann dich nicht sehen, wir kommen flight, bis in einem Jahr hier in einem Die vapeisch kilo. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh